Alter! Jetzt auf den Sack, ey. So. Okay. Gut. Ich kann es manchmal echt nicht unterscheiden, ey. Ja, damit. Wo ich jetzt rausgekommen habe. Hier. Speichern. Das Tal mitnehmen. Gut. So. Sehr gut. Und. Ich komme nochmal. Ja, genau. Nein, Mann. Ja, die wird es Tal, ey. Okay. Und nochmal. Hä, warum bleib ich denn da unten hängen? Oh, ey. Ich atmen. Hä? Warum, ey. Ich rauf's nicht. Ich rauf's nicht. Ne. Und nochmal. Weil es so schön war. Schon wieder. Geschafft. Speichern. Boah, ey. Ja, so'n Scheiß, ey. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Ehh, ich rauf's nicht. Ähhh. Irgendwas muss ich damit machen. Ich glaube ich weiß schon was Ja, ich weiß was Genau Es geht jetzt hundertprozentig so weiter Wo kommt das jetzt raus? Jetzt darf es wieder Also muss ich das jetzt Irgendwas muss ich damit einladen Ah, ich glaube ich weiß wie Ja, ich weiß wie Letze Tja Genau Bittet Zack Speichern Oh oh Wenn das funktioniert Ich weiß, wie ich das einladen soll Ich weiß, wie ich das euch anziehen soll Vielleicht finde ich das einladen soll Was schaffst du denn niemals? Ja, genau. Off-snage. Du Spätser, hoffe ich nicht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay, gut. Damit hat sich das jetzt auch gelöst. Ich heim mich nochmal. Äh... Ich bin nicht hin. Okay. Okay. Aber wie komme ich jetzt da oben hin? Was ist da? Okay. Nur noch ein Leben. Bin ich... Da unten. Okay. Okay. Jetzt mal heilen. Achso, da fehlen noch zwei. Da bin ich nicht rein. Okay. Das war so klar. Eins. Ja, das darf mir... Kann mir das immer jemand sagen? Danke. Okay. Okay. Nice. Nice. Oh, ja. Okay. 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 Und... Okay. 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 Hey, die Witka, was ist jetzt endlich? Wie viel kommt denn jetzt noch, ey? Da komm ich nicht hoch, okay. Juhu, ne Fähigkeit. Tief aus dem Inneren des Stammbaums höre ich Schrei des Entsetzens. Riem war agil. Er spründet durch die Luft. Höre auch seine Stimme, denn er verwaltet die Weisheit. Das ist ein Dreifachsprung. Das kann ja erst lernen. Ach so, stoßen. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du die Y-Taste bei Laternen oder feindlich Projektieren gedrückt halten. Und dann in Richtung ziehen, in die du losstürmen möchtest. Projektile waren in die gegengesetzte Richtung umgelenkt. Ne? Loll? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Gut zu der... ne, die Richtung fest. Okay. Ah, ich will schon gut. Äh, ja, toll. Hä? Ah, ich hab das Glaube. Nein, ich hab's gerafft. Jetzt hab ich's gerafft. Ah, ich hab's gerafft. Hä? Warum werd ich denn... den durchgestoßen? Ich raff's nicht. Jetzt... Oh. Ich stoß den doch rum. Werd ich denn da durch... den durchgestoßen? Das raff ich nicht. Ich steh mich jetzt noch auf die Seite. Ich bin schon wieder nicht. Das raff ich nicht. Ach, sooo. Ich hab's gerafft. Ach, sehr schön. Und noch eine Verrugung. Freigeschaltet für Selbstzerstimmung. Oh, nicht schlecht. So, jetzt hab ich's gerafft. Ah. Wow. Ja, super. So. Legions. Okay. Okay. Wie mach ich das jetzt? Das raff ich jetzt nicht so ganz. Das raff ich jetzt nicht so ganz. Oh, das kann ich zurückstoßen. So, was steh ich jetzt? Das raff ich jetzt nicht. Ne, ich raff es nicht. Ne, ich raff es nicht. Ne, ich raff es nicht. Versteh ich nicht. Ich raff das nicht. Ich will hier nochmal zurückgehen. Was? Schön, dass du das dort erklärt. Umgelenkt werden drücken. Das hier umzulenken. Das hier umzulenken. Ah, so. Oh, lol. Das wäre echt kompliziert gemacht, ey. Okay. Ich da auch raus. Gut. Ah, ich will es schon. Ah, okay. Das wird schwierig. Cool. Das hat auf jeden Fall was. Das hat auf jeden Fall was. Ach so, okay. Ach, Mann. Besser hier mal. Ach, Mann. Besser hier mal. Junge. Frohle Sache. Ist er eine Energiezelle gefunden? Ist das geil gemacht. Ist das cool. Okay. Wie mache ich denn das? Lass mich da rüber. Alter. Mann. Mann. Wann hast du ihn? Ah. Mann. Mann. Ja, so wie es war so klar. Ich komme nicht ran. Mann, ich muss spachern, Mann, du Scheiße. Jetzt kommen schon. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Letzter aber. So. Und speichern. Ja, genau. Wie soll denn das gehen? Das geht nicht. Ja, super. Ich komme da nicht ran. Jetzt. Ja, super. Danke. Ich krieg wieder die falsche Tasse. Das geht doch immer. Ey. Da will ich. Aber sie will nicht. Jetzt. Mann. Oh, ist das ein Scheiße. Ja, genau. Ach komm, ich kann es gleich aufhören. Hier. Ja. Ich bin. Wie soll ich hier aufhören? Ja. Das ist nur der Grund. Das ist gut. Geschafft. Oh Gott. Alter Schwede. Speichern bitte, danke. Was kommt denn jetzt? Danke. Danke Spiel. Fand ich sehr nett von euch. Ja genau. Ja super. Hallo? Hä? Ich muss das verstehen. Ich verstehe das Ding nicht. Ach du Scheiße. Ja super. Das kannst du ja jetzt schon vergessen. Ist das ein Scheiß. Ja genau. Ja genau. Achja. Ich muss das weg. Oh Gott. Aber ich muss das weg. Ich muss das weg. Ich muss das weg. Ich will das weg. Ja genau. Okay. Ich muss das weg. Ich muss das weg. Ich muss das weg. Ach, das ist der letzte Scheiß. Irgendwie langsam sich die Dinger bewegen. Ja, komm. Ey, genau. Und jetzt bewegt sich das. Ey, das ist der letzte Rotz. Wie sieht denn so ein Scheiß aus? Ja, ich bin noch drauf. Ja, komm. Ja, komm. Danke. Ja, geht es jetzt hier weiter? Geht es jetzt da weiter oder geht es da oben weiter? Kann mich nicht hoch. Wieder mal heilen. Danke. So, äh, ja, wie komm ich jetzt da hoch? Ach so, okay. Äh, ja. Ach so. Oh Gott. Das Herz des Kinselbaums bewahrt das Element des Wassers einst sicher auf, darin ist verdorben, gänzlich verfault und verwest. Ja, toll. Und ich soll das Ding jetzt kaputt machen oder was? Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen und zwar auf beiden Seiten. Äh, ja. Oh Gott, das wird lustig. Ja, das war so. Ach, leck mich doch. Komm. Ich muss speichern. Lass ihn jetzt immer labern und dann speichern ab und dann machen wir erst mal Pause. Oh, mein Rücken dringt mich grad um. Oh, dieser scheiß Nerv. Ah, kacke. Kann das nicht überspringen. Blablabla. Okay. Wir sprechen jetzt ja ab und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.